Ausrasten bringen sollte und dann werden wir uns jetzt erstmal Start- und Teilnehmervorstellungen ansehen Wo er hoffentlich auch nochmal zu jedem was sagen wird, oder? Ja, es sieht danach aus Ich bin gespannt, Alter, es freut mich sehr, dass er, dass Lasko dabei ist, Alter, das ist wie Ich wollte eigentlich, ähm, mit Lasko mich schon öfter mal treffen, aber es hat irgendwie immer nicht geklappt Einmal bei einem Konzert, äh, gab es private Probleme bei mir irgendwie Ich bin gespannt für Studien zu ihm, sagt man, weil das ist wirklich ein Talent, das ich seit Seit Jahren irgendwie so im Underground, abführungsstrichen, verfolge Und dass er jetzt erstmal so eine große Aufmerksamkeit hat, Alter, freut mich sehr, Freunde Bam, let's go Was geht ab, ihr jämmerlichen, ah Ihr müsst reinschreiben, ob Sound so passt, lauter, leiser, whatever Ah, ich bin der Überking und ihr seid Kreaturen, die sich von Punkt, Punkt, Punkt ernähren Ja, YouTube Ich kann mich kreativ auf jeden Fall richtig geil entfalten hier Ich finde gut, dass er das Intro gelassen hat, ich finde es gut Es ist vollbracht 2400 Mails wurden an CoronaSciper.aol.com verschickt und ich bin fast daran zerbröselt, weil ich nur mit 500 gerechnet hatte Ich will mich aber gar nicht beschweren, vielen Dank für die rege Beteiligung, ihr Penner Das Teilnehmerfeld wurde von 16 auf 32 aufgestockt und Allein das schon, das hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, ich hab mich gefreut, Alter Um 18 Uhr Weil das heißt, dass viel mehr Gute dabei sind Sind alle Qualis online Also wer sich alles geben will, hat um 18 Uhr die Möglichkeit, sich anderthalb Stunden mit Qualis zu beschäftigen Hat ja auch nicht ganz geklappt, oder? Das sind nicht alle gleichzeitig online gekommen irgendwie Aber ich hab auch gedacht, dass es Leute gibt, die Langeweile haben und den ganzen Tag nichts zu tun haben Freezing, was geht ab? Corona-Krise mit Ausgangsbeschränkungen und tralala Deswegen gibt es zusätzlich als Bonus ein Line-Up Wer also nicht bis 18 Uhr warten will, der kann sich darauf freuen, dass er sich morgen alle 15 Minuten eine neue Qualifikation reinziehen kann Ah, okay, 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 ich hab's vercheckt, ich war gerade richtig dumm Von 10 Uhr 15 bis 18 Uhr könnt ihr also den ganzen Tag Qualis genießen, wenn ihr wollt Oder wenn ihr das nicht wollt Um 18 Uhr ist alles online und ihr könnt dann stöbern, wie ihr lustig seid Von dem standardmäßigen Wochenrhythmus verabschieden wir uns in der Qualifikationsphase also erstmal, damit ihr was habt, was ihr euch geben könnt Um diese omnipräsente Scheißkrankheit, die gerade rumgeht, mal für ein paar Minuten oder vielleicht sogar Stunden zu vergessen Die Corona-Cypher soll Ablenkung, Spaß und Unterhaltung schaffen Und ja, das klingt irgendwie wie die Werbung für einen Überraschungs- Ich wollte auch gerade sagen, so positive Worte aus Julien's Mund zu hören, sehr ungewohnt Ihr Jämmerlichen Aber fangen wir an mit dem morgigen Line-Up Der hat die kürzeste Quali, nur 58 Sekunden hab ich gesehen, glaub ich Kenn ich nicht Den Anfang macht Dufresne um 10 Uhr 15 und was könnte es anderes sein, als natürlich Rap, der selbstverständlich nicht zu kurz kommen wird in der Seifer Er bringt Covid-Bars als One-Take-16er mit ein paar guten und vor allem vernünftigen Aussagen Stabiler Einstieg ins Turnier und ein bisschen Vernunft für alle, die wegen Corona völlig am Achten sind Stichwort Hamsterkäufer Oh, Detox, was sagt er zu ihm, was sagt er zu Detox? 31.30 Uhr kommt ein Detox Vengeance mit Dancehall-Flavor in einem Prä-Corona-Krisensong um die Ecke Er ist Sound- und Videotechnisch professioneller unterwegs und hat was eingereicht, was nicht in 5 Minuten entstanden ist Gewohnter Übershit mit einem sauberen Mixmaster und einem hochwertigen Musikvideo Außerdem absolut musikalisch Durchaus positiv für unseren Herrn Detox Um Viertel vor 11 kommt Kamro und wer bei diesem Track nicht komplett ausrastet hat Rap nicht verstanden Der macht so viel Druck beim Rap, als müsste er aus Kohlenstoffatom Rohdiamanten pressen Das ist Rap Morfogger Jeder, der Dislike ist ein Ihr wisst, was ihr dann seid Auch wenn YouTube nicht erlaubt, das zu sagen Einer der absoluten Spitzenleute in der Seifer Niko Ritter sagt mir auch was Warum sagt mir Niko Ritter was? Jungs Niko Ritter Ähm Himi, was geht ab? Dann kommt Niko Ritter um 11 Uhr geschmeidig reingesteppt Und bringt einen Track, der im Gegensatz zu den ersten drei Qualifikationen nicht nach vorne geht Sondern erfährt einen entspannten Ich liege in der Sonne und schimm meinen Lebens-Style Wegen Karin Ritter, ja Real Talk, stimmt Wunderbarer Nicht-in-die-Fresse-Song Dann kommt Lasko um Viertel nach elf mit seinem Fahrrad in Blau Und ebenfalls mit Dancehall-Flavor Er lässt die Hände weg von Kriminalität Das ist auf jeden Fall eine schöne, vernünftige Message für die jüngeren Zuschauer Und musikalisch überzeugt er auf ganzer Linie Ein schöner Hit für den Corona-Sommer Der uns nun mal leider bevorsteht Ey, ich weiß nicht, Fahrrad in Blau nicht mein Favourite Track Ich finde Draufgänger Draufgänger ist mein Favourite Track von Lasko Aber Fahrrad in Blau auch noch sehr weit, sehr weit oben, Alter Sehr, sehr weit oben Boah, ich hoffe wirklich, dass er weit kommt, Mann Ich drücke ihn die Daumen, Jungs Jetzt schon, ich muss sagen, Zombie gegen Detox und so Aber Lasko ist mein Favourite, muss ich sagen Um 11.30 Uhr kommen dann die Soap Boys aus Österreich Wobei ich nur ein Soap Boy erkennen kann Und der gibt einen Quarantäne-Song zum Besten Und es ist vor sich geboten Einmal gehört, will dieser Song nicht mehr aus dem Kopf verschwinden Hier wird die Isolation mit Humor genommen Und das ist wahrscheinlich auch die sinnvollste Art Sie sind sehr, sehr passlos bis jetzt Psycho, Digga Mal sehen Um Viertel vor zwölf oder drei Viertel zwölf, je nachdem wo ihr herkommt Gibt Psycho Lost, wer drei Viertel zwölf sagt Real Talk Lost, wer drei Viertel zwölf sagt Jungs Mal wieder was zum Besten Und es geht ordentlich nach vorne mit Rap in die Schnauze Ihr Sohnen-Hurs Und das ist keine Beleidigung Ich spreche nur das Wort Sonnenuhr ein bisschen komisch aus Also ihr seid alle Sonnenuhren Zur Mittagszeit um zwölf kommt BNY oder BNI Und sie singt einen eigentlich inhaltlich eher Herz-Schmerz-Song Aber verpackt das Ganze in einem nach vorne gehenden Dancehall-Stück Und kann musikalisch auf ganzer Linie überzeugen Eine herausragende Künstlerin, diese BNY oder BNI Oha, Tü Jungs Nimm euch nacht Viertel nach zwölf kommen die Nirvana Seekers Die haben relativ wenig mit der Band Nirvana zu tun Und haben ein Lied übers Morden und Foltern gemacht Und das auf die Chile Das sind unglaublich gute Hobbys von Julien Ich weiß, wie man ein Lied übers Morden und Foltern machen kann Inhaltlich FSK 18 Aber akustisch verpackt, als wäre es ein Sommerhit Der Kontrast zwischen Inhalt und Sound macht diesen Song aus Und gibt ihm das gewisse Etwas Um zwölf Uhr dreißig kommt Antti Und er ist der Ersatzrapper für JGG Mit seiner, nennen wir es mal, halbherzigen Qualifikation Oha, oha Hochregation Schöner, oldschooliger Kopf Und trotzdem hat es Gottschall nicht reingeschafft, Jungs Jetzt nur Front an Gottschall Aber was muss er denn abgeliefert haben Ich hab, falls er eine öffentliche Qualität hat, hab ich sie nicht gesehen Aber was muss er denn abgeliefert haben, dass er nicht reingekommen ist Na vielleicht ist der Typ auch gut Ich will jetzt nicht schlechtreden Ich will niemanden schlechtreden, der es jetzt reingeschafft hat Schade, dass Gottschall nicht drin ist Schade Antti steht JGG in nichts nach und ist ein perfekter Ersatz Ist das Sebastian Mitchell? Um zwölf Uhr fünfundvierzig kommt was lockerflockiges von Mechas und Broxter Man munkelt ob es sich bei Broxter möglicherweise um Sebastian Mitchell handelt Aber es kann auch sein, dass die sich nur ähnlich sehen und genau gleich klingt Team Mechas Broxter hat einen Sommerhit über ein Ford Fiesta eingereicht Super entspannt, um eine Chica so richtig schön durchzu... Äh, super entspannt, um es beim Autofahren zu hören Vorzugsweise in einem Ford Fiesta Vocal, Benzen und Cash ist auch nicht... Jungs jetzt an alle, die irgendwie schreiben, dass ich der wegen meiner Frisur aktuell ähnlich sehe Der kann direkt den Stream ausschalten Wirklich gerecht werden Was sie da mit irgendeiner Billigkamera aufnimmt und auf ihrer Gitarre spielt Ist in meinen Augen beeindruckender als die Hälfte vom letzten JBB Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass ich daran nicht unschuldig bin Aber in der Corona-Cypher werde ich wieder genauso überzeugen, wie ihr es von mir gewohnt seid Ich habe sowieso nichts besseres zu tun Dann kommt Parker Früher hieß er Clash Parker, jetzt nur noch Parker Und früher... Freut mich wirklich, dass er dabei ist Da erinnerte er mich stark an Johnny Dixon Aber seine Qualifikation klingt jetzt mehr danach, dass Johnny Dixon ausgedient hat Also ich vermisse ihn jedenfalls nicht, wenn ich mir das hier reinziehe Parker hat sich gemacht und überzeugt musikalisch Freue ich mich drauf Dann kommt San... Nevis Bruder, der Gang Ein harter in die Fresse MC, der besser rappt als 90% aller Goldrapper Aber die Welt ist nun mal ungerecht Wer Hardcore-Rap feiert, bekommt hier alles, was er sich wünscht Klingt interessant Morgan The Young kommt um 13.45 Uhr und ist definitiv der Heißte im Turnier Und hat bei seinem Video definitiv die meisten Kalorien verbrannt Kein Plan, ob wir in der Corona-Cypher oder in einem Cheerleading-Wettbewerb sind Er ist auf Gras und er ist am Hüpfen Er ist also die Definition eines Grashüpfers Was die Musikalität anbelangt, fährt er einen komplett eigenen Film Gay Butters Dann kommt... Wunderschön, den Typen wiederzusehen Gay Butters Und der hat einfach mal die Corona-Hymne des Jahres gedroppt Und aus musikalischer Sicht ist das nicht mal schlecht dafür, dass er mal in der JBB Hall of Shame gewesen ist Sein Song hat sogar eine Refrain-Dramaturgie, bei der von Hook zu Hook die Epicness der Hook ansteigt Jetzt schon ein echter Klassiker, bei dem man in 10 Jahren nach 5 Bier auf irgendeinem Grillabend denken wird Dass es ja mal so eine Corona-Krise gab und da war irgend so eine Schwuchtel mit dem Wichstrek Freue ich mich Boah Jasper, dass er immer noch lebt, Leute Da habe ich mich am meisten gefreut, das zu sehen Die Qualifikation von Flo Flo hat mich echt berührt Und zwar mit der Zungenspitze an meinem Anus In seinem Song Klingt tendenziell nach einem schönen Wochenende Geht es darum, dass er unbedingt ins Turnier genommen werden möchte Er schleimt da also die ganze Zeit auf unterhaltsamste und ausgesprochen musikalische Art und Weise rum Also hat er sich seinen Platz mit musikalischen Skills verdient Und nicht wegen des Inhalts, der aber darüber hinaus noch sehr unterhaltsam ist Es sieht aber echt danach aus, dass wir auch wirklich so Hälfte Rap-Hälfte Musiker haben Bis jetzt, was ich schön finde, ein bisschen Diversity reinbringen, Mann Was geht ab, Julian? 14.45 Uhr kommt Thomas H. Und auch wenn sein Künstlername klingt, als wäre er ein Krimineller, der gerade in der Bild zerrissen wird Thomas H. starte an 27 Mal auf das wehrlose Opfer ein Ist er ein Typ, der sich zu Hause vor seine billige Kamera gesetzt hat, um einen richtigen Song zu schmettern Kein richtiges Mikrofon, kein Autotune, kein Kompressor, kein nichts So was fühle ich halt, so was fühle ich Ein Typ mit seiner Gitarre, der vor einer Kamera sitzt und losschmettert Der wird nice, glaube ich Oh, er auch im Turnier dabei? Ehre, Alter Julian hat halt das Ganze ein bisschen runtergesenkt noch, auf Kussbasis Um 15 Uhr kommt Romina Sie hat einen Song nach ihrem Suizidversuch aufgenommen und thematisiert diesen darin 940PM heißt das gute Stück Und ich denke, dass es in erster Linie Menschen Kraft geben soll Die in einer ähnlichen Situation sind Oder gewesen sind Drei, äh, drei Drei, äh, weibliche Personen Am Start, oder sind es vier, ich glaube es sind drei Das freut mich auch, Alter, das freut mich auch Bin sehr gespannt Und identifizieren können Gibt es sicherlich Menschen, die Kraft brauchen oder traurig sind in diesen Corona-Zeiten Ein sehr rührender, emotionaler Song, der für Gänsehaut sorgt Jungs, ist das gerade wirklich Julian, dem wir reden hören? Oh, M.I., Bruder Heftige Quali gewesen jetzt Um viertel nach drei Kommt Micep oder Micep Ich bin mir da nicht so sicher Und meine Fresse hat der Typ Hunger Geht dann nochmal einen an Steak oder so Unglaublich viel Bock da zu rappen Er rattert da über den Beat, als würde es um sein scheiß Leben gehen Absoluter Powertrack in die Schnauze Ey, es freut mich jetzt auch mal so von Von Julian was zu den Leuten zu hören Die wir seit Jahren jetzt auf YouTube so fühlen Und die nach oben gepusht sehen wollen So wie M.I. oder jetzt ein Detox, sag ich mal Was mich einfach freut, man Wie gesagt, Detox und M.I. Quali haben wir schon auf YouTube hochgeladen Werden wir also auslassen jetzt hier Aber sehr, sehr nice, Alter Freut mich wirklich Nice Danach geht es um halb vier Was klappt, Vanessa? Schreibt mal kurz Joke Sehr chillig zur Sache Eigentlich sollte es sprachlich nur Deutsch und Englisch geben Aber Avuset und Mania Juto Haben etwas Italienisch mit einfließen lassen Und weil das Ganze sehr musikalisch ist Habe ich da mal ein Auge zugedrückt Sehr entspannter, angenehmer Song Oha, Typ Mania Juto, die schon im JBC dabei war Glänzt hier wieder Kann ich mich absolut nicht daran erinnern Besonders mit ihrer schönen Stimmfarbe Ja, Mann, okay Michael Reyes, ehemals Michael Rape Kommt um 15.45 Uhr Und warum er den besten Namen Sehr sympathischer Dude, muss ich sagen Sehr, sehr sympathischer Dude, Alter Ähm, ich war mit ihm und Gary Ähm, eine Nacht, äh Auf dem Kiez unterwegs Und Tune war auch noch dabei, stimmt Ähm War ein guter Abend Sehr sympathischer Dude War ein, war ein sehr guter Abend Jungs Aber nice, freut mich sehr dabei Aber nichtsdestotrotz ist sein Style Auch ohne das Rap nicht sonderlich softer geworden Asozialität auf höchstem Niveau Ich freu mich drauf, echt Das gemacht, was ich gerade nicht sagen darf Danke nochmal YouTube Wow Jungs Nippelchen Acht Um 16 Uhr kommt Prophet Andy Und der hat einen komplett eigenen Style Den ich persönlich extrem feier Sieh alle sehr jung aus teilweise Mich hat das etwas an alte Grunge-Zeiten erinnert Wem Nevermind gefallen hat Könnte ein Lied finden Das einen etwas ähnlichen Vibe Wie Something in the Way hat Nur moderner und nicht so düster Und hoffnungslos Aber genauso angenehm Vom Soundbild Um 16 Uhr 30 kommt Punches Und der macht Hardcore in deine Fresse Rap Leider etwas kurz das Ganze Aber er hat Hunger Und ich denke, da wird noch einiges kommen Rap-Heads werden nicht enttäuscht sein Jungs, ich wollte es auch nicht sagen Aber ich habe mich auch beworben Ich habe mich auch beworben, Jungs Ich wollte es eigentlich nicht sagen Aber ich wurde angenommen Ich wurde angenommen, Jungs Auf Ehre Hat Julien nochmal zwei Augen zugedrückt Ich habe auch gute Kontakte gehabt Deswegen bin ich jetzt auch mit dabei Um 16 Uhr 30 kommt Gopnik Klingt sehr von Olex Sash inspiriert Aber hat dennoch was eigenes Etwas chilliger das Ganze Nicht so chillig wie Nico Ritter Aber definitiv nicht in die Fresse Rap-Fans werden sich freuen Jungs, Bahnung Nächstes Mal Bahnung Besonders hervorstechend tut das Video Das einfach so lonely ist wie kein zweites Ein sehr gefühlvolles und zeitgemäßes Stück Um 17 Uhr 30 kommt Jackson Michael Jackson war leider aus irgendwelchen Gründen verhindert Ich muss gerade ein paar Tränen zurückhalten Aber dafür haben wir Jackson Und Jackson hat mit Michael Jackson absolut nichts zu tun Es gibt in die Fresse Rap Ein kurzer, knackiger 16er mit stabilen Rap-Skills Boah, das hört sich jetzt schon nice an vom Beat Das hört sich jetzt vom Beat schon nice an Donnie 42 macht Shisha-Bar-Musik Und die Shisha-Bar ist eine Lokalität In der man jetzt gerade nicht wirklich abhängen kann Wegen Corona Also kann man das Ganze gerade mit einem lachenden Und einem weinenden Auge betrachten Denn die Zeit aus der dieser Track kommt Ist offensichtlich nicht ganz aktuell Aber diese Zeit wird wiederkommen Sobald die Corona-Krise überstanden ist Wer eine Shisha-Bar-Affinität hat Ich verbinde direkt so da dann Die Hoffnung auf bessere Tage finden Um 17.45 Uhr kommt Gourvier oder Gourvier Vielleicht frage ich beim nächsten Mal nach Lautschrift Bei diesen für mich alten, almern, unaussprechlichen Namen Und der macht ebenfalls etwas Richtung Shisha-Bar-Musik Aber ein, zwei Nummern härter als es bei Donnie 42 der Fall ist Geht auch etwas Richtung Straße Aber wegen Corona wird ja aus jedem Straßenrapper jetzt ein Zimmerrapper Also Shisha-Bar-Musik Ich muss gar nicht sagen, mich fucken jetzt schon die Corona-Jokes ab von Julian Aber was wäre ein JBB, JMC, JBC Wenn man sich nicht über Julian abfucken würde ...Zimmerrap Last but not least Um 18 Uhr kommt Keshi 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 Keshi-Kerne Was auch immer Fühlt das ein Battle-Rapper mit einer von oben herab-Mentalität Wie sie im Buche steht 16 Zeilen Punchlines auf einem fetten Beat In die Schnauze Und das ist das Line-Up für die Corona-Sciper Nice, man Für den Fall, dass ihr morgen ein paar Qualifikationen gesehen und bewertet habt, aber immer noch Langeweile habt Und ich weiß, es werden auf jeden Fall ein paar noch immer Langeweile haben Dann geht ihr in die Beschreibung rein Da steht dann unter den Links für iTunes, Google Play und Spotify noch Intro mit einem Link Ich habe alle brauchbaren Intros, die mir geschickt wurden, als ungelistet hochgeladen Und der Link führt euch zu einer YouTube-Playlist mit allen Intros Da könnt ihr euch dann die Intros aussuchen, die euch am besten gefallen haben und bewerten Das Intro mit den meisten Likes wird dann das offizielle JCC 2020 Intro werden Nice Es gibt vor, deshalb also erstmal eine Art freundschaftliche Intro-Battle Viel Spaß morgen mit den Qualifikationen Alright Jungs, das war das Ankündigungsvideo, man Ey, das Line-Up ist echt strong Das Line-Up ist strong, finde ich Weil wir so wirklich viele verschiedene Charakter dabei haben Nicht nur Rapper Und wenn es Rapper sind, nicht nur Battle-Rapper Sondern auch musikalische Leute so Und Leute, die mal anderen Sound bringen So wie Detox zum Beispiel Ich freue mich sehr drauf, Alter Ich freue mich sehr, 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 sehr doll drauf Ich freue mich sehr, 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 sehr